Das Schicksal des Universums liegt in deinen Händen. Also egal, was du tust, drück nicht auf diesen Knopf. Dann geht nämlich sofort die Bombe hoch und wir sind alle tot. Los, wiederhol es. Was habe ich gerade gesagt? Ich bin gut. Nein! Nein, das ist der Knopf, der uns alle umbringt. Versuch's nochmal. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Nein! Showtime, ihr Arschlöcher! Verfluchtes Raumschiff! Ah! Hat einer mein Stück Klebeband? Ich will den Todesknopf abkleben. Klebeband ist aus! Nicht ein einziger Klebeband dabei! Du hast eine Atombombe im Rucksack. Wenn hier eine Klebeband mithaben sollte, dann du! Immer muss ich hier alles machen! Du verklemmerst nur Zeit! Ich bin Groot! Das ist ein echt schlechtes Zeichen. Wenn ich jemanden berühre, kann ich seine Gefühle spüren. Du fühlst Liebe. Liebe. Ja, denke ja. Ich fühle generell selbstlose Liebe für verstehen. Nein! Sexuelle Liebe! Nein, das ist jetzt weniger. Für Sie! Nein! Sie hat gerade eben von uns dein dunkelstes Geheimnis verraten! Alter, komm jetzt! Übertreibst du aber ein bisschen! Das musste ja so unangenehm sein! Jetzt nicht! Jetzt nicht! Jetzt nicht! Das musste ja so unangenehm sein!